Hallo Leute und herzlich willkommen in der Folge von 1 vs. 1 Ich geniehe heute Schlange und hoffe, dass ich es mal nicht so ein behindertes Kett bekomme namens Goldschwert und Diabrüstung Irgend so was hier, ey Okay, das ist schabt ein Schwert Den können die kriegen, aber natürlich nicht Ah man, ein Hit vielleicht, ein Hit Ich habe nicht welche gehabt Ah, schade Ach du Scheiße Ach, sowas soll er ja machen Ach, schade Okay Dann lassen wir ihn doch einfach mal Sogen wird's nicht schlecht Tja, was willst du mit erreichen? Du Scheiße, ey Oh, machen die Leute sowas Wo ist er, dass 1 vs. 1 Wo ist er, dass 1 vs. 1? Rück runter Ah, MLG wollte er machen, jetzt weiß ich's MLG Ich will MLG-Volta rein, auch nie Das beeindruckt mich doch überhaupt nicht Gott, hab ich so scheiße schlecht Ah Was sind wir denn für Hex? Ich kann mich nur so auffällig hacken So auffällig einfach Ach, Leute Ich bin schon mal erschaffen Das wird nur schlimmer Oh, ist das schlecht hier, ey Warum macht die Leute sowas? Jetzt frage ich mich, warum Hast du mich damit erreichen? Ja Battle Titan Ich hab mich rausgefordert So Dann, dann, dann Ach, den Threads on Kit Nice, bro 2 Ich werd'n Computer hier geschlagen, oder was? Komm, jetzt hier Ich hab'n Idee Ha Huh Oh, das ist ein ganz kompätiges Der Restrausschaltung, ja Ich verstehe jetzt, was er hier Wow Hilfe Hilfe Oh shit Ah Too easy for me Ey, du kannst mich nicht töten Das weißt du schon, mein Freund, ne? Ich spreng' uns hier alle in die Luft Ich sag's dir Ah, scheiße Wow Ah, schlecht Ah Tinti ist wir hier Einbauen Das ist ein scheiß Wow Okay Meine eigene Falle hier Meine eigene Mauer Shit So Drei Minuten und 20, guck mal, werden nur Scheiße gebaut Tja Das ist mein Kammer Jetzt will ich jetzt ehren Mein Freund So, rankt Irgendwie bei Bei Fledex Woher kenne ich den Namen? Ich weiß nicht, woher Der ich denn vor Ewigkeit mal gegen den gekämpft habe und mich aufgeregt habe Bei Fledex Ich sag nicht einmal was Keine Ahnung Vielleicht auch nicht Ich weiß nicht den Keine Ahnung Kämpfer Ihr dürft wieviel ich aufnehme 12.25 Uhr Ja, immer um die Zeit eigentlich auch 14.30 Uhr irgendwas Typische Zeit eigentlich für mich Die nach der Schule Hier haben wir uns dann 1 gegen 1 aufnehmen Boah Aber das ist jetzt nicht gerechnet, ne? Out Play Mit Doppel-Y Siehst du wie gut ich bin? Ich bin gar nicht so schlecht Ich muss mir den Gold öffnen, muss ich besser hinbekommen Komm, besser Kampf heute, jetzt hier Ich hab noch keinen Kampf gewonnen, ne? In letzter Zeit bin ich richtig schlecht geworden, ey Bis zum letzten Februar noch keiner hat den Kampf gewonnen, ey Und das sieht auch wieder gut aus, ja Oh Mann, oh Mann Ich ziehe euch denn auf den Speed-Trunk Absolut unnötig Was ist das für ein Cooldown? Ist ja schlimmer als mir echt Ich bin echt in Minecraft hier Ach du scheiße, was macht der denn? Was macht der denn immer für sein? Ne, was ist das denn für ein Hack? Ne Ich bin echt nicht in den Kampf